Oh mein Gott, war die Protagonistin dumm! Und irgendwie... Hi, ich habe heute den Lesemonat Februar für euch. Und was soll ich sagen? Es ist irgendwie ein schwieriger Start ins Lesejahr für mich. Der Januar war ja auch schon so durchwachsen, da bin ich immer so knapp an der Leseflaute vorbeigeschrammt. Und dieses Gefühl setzt sich irgendwie fort, auch wenn sich das in der Anzahl der gelesenen Bücher überhaupt nicht niederschlägt. Ich habe im Februar 20 Geschichten gelesen, wobei die Durchschnittsseitenzahl der Bücher ziemlich niedrig war, nämlich bei 250. Das heißt, ich habe viele Kurzgeschichten und Novellen gelesen. Und ich habe irgendwie das Problem, dass vieles, was ich im Moment lese, mich so kalt lässt. Also nicht in Aufregung versetzt, nicht ein wohliges Gefühl gibt, mich kopfmäßig nicht so richtig anstrengt und irgendwie, ja, ich lese dann trotzdem weiter. Wie gesagt, bisher schlägt sich das quantitativ noch nicht nieder, aber das Gefühl ist irgendwie nicht so gut. Ich hoffe, dass das im März besser wird. Wir machen es jetzt wie immer. Alle Bücher sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, mit Timestamps, sodass ihr von Buch zu Buch springen könnt. Und im ersten Teil des Videos gibt es die deutschen Bücher, entweder im Original oder die es eben schon übersetzt gibt. Und im hinteren Teil des Videos dann die, die es bisher nur auf Englisch gibt. Und das war es eigentlich an Vorrede. Statistisch gesehen 20 gelesene Geschichten. Davon waren 11 im Romance-Bereich. Und zwar nicht nur zeitgenössische, sondern auch historische. Und dann aus dem Fantasy-Bereich, also eine Fantasy-Geschichte oder mehrere Fantasy-Geschichten, die eher Romance waren, mit so ein bisschen Magie drin. Sechs Bücher aus dem Fantasy-Bereich. Das ist eher ungewöhnlich, dass der Anteil so hoch ist. Aber ich habe in einem Universum weitergelesen und konnte einfach nicht anders, als da immer und immer und immer weiterzulesen. Zwei Bücher aus dem Spannungsbereich, Krimi-Thriller und ein Roman. Ich habe schon gesagt, durchschnittlich 250 Seiten pro Buch. Das ist eher am unteren Ende des Spektrums. Es waren viele Novellen und Kurzgeschichten dabei. Und durchschnittlich habe ich 3,5 Sterne pro Buch vergeben. Das ist ja für mich gut, solide, empfehlenswert. Aber ich freue mich immer, wenn meine Durchschnittsbewertung da ein bisschen drüber liegt. Das heißt nämlich, dass ich zu mehr Büchern gegriffen habe, die mich richtig begeistern konnten. Aber so ist es im Moment eben nicht. Ich hatte auch deswegen ein paar Rereads dabei, weil ich dachte, da weiß ich schon, was ich habe. Und wie immer, während ich euch von den Büchern erzähle, die ich im Februar gelesen habe, will ich wissen, wie euer Lesemonat gelaufen ist, ob da Highlights oder Lowlights dabei waren und ob da Dinge dabei waren, die vielleicht auch was für mich sein könnten. Los geht's mit Der Nachtwächter von Louis Erdrich. Und ich habe 4 Sterne vergeben für das Hörbuch, was die Autorin selbst liest im englischen Original. Und das ist eine absolute Empfehlung, weil die Autorin ihre Geschichte natürlich in- und auswendig kennt und sehr, sehr toll durch verschiedenste Betonungen und Emotionen die Geschichte noch stärker macht. Der Nachtwächter ist autobiografisch inspiriert von der Autorin. Es geht nämlich um ihren Großvater, beziehungsweise in dem Buch um eine Figur, die an ihren Großvater angelehnt ist. Hier geht es jetzt um den Fabrik-Nachtwächter Thomas, der in den 50er Jahren gegen die Landenteignung eigentlich indigener Bevölkerungen in den USA kämpft. Da wurde das nämlich gesetzlich eigentlich möglich gemacht, dass einfach Land enteignet wird. Und sein Kampf gegen einen ziemlich übermächtigen Gegner führt ihn bis in die amerikanische Hauptstadt. Außerdem erzählt der Nachtwächter noch die Geschichte der Fabrikarbeiterin Patrice, die wegen ihres Jobs immer wieder so zwischen den Welten hin und her geht, auf der einen Seite ihrer indigenen Herkunft und auf der anderen eine weiß geprägte Gesellschaftsschicht. Im Grunde war es genau das, was ich mir erhofft hatte, nämlich eine Geschichte so David gegen Goliath. Und da hängt ja ganz viel dran, was einfach emotional mitreißt, nämlich Triumphe, aber auch Opfer bringen und Frust. Und ja, das ist auf jeden Fall großartig rübergekommen, anhand von Thomas als Nachtwächter. Was die beiden Geschichtsstränge angeht, Thomas und Patrice, da hätte ich mir ein größeres Verwobensein gewünscht. Das hätte der Geschichte für mich auf jeden Fall gut getan. Grundsätzlich hat der Nachtwächter mich ganz schön gefordert, immer wieder, weil es sich an vielen Stellen so unglaublich fremd für mich angefühlt hat. Und das laste ich dem Buch überhaupt nicht an, weil das Buch gleichzeitig mir dann ganz viel aus einer mir fremden Lebenswelt super anschaulich gezeigt hat. Nämlich, wie ist das indigene Leben in Patrices und Thomases Umfeld? Dazu zählt Kulinarik, Religiosität, beziehungsweise eher Spiritualität, große wirtschaftliche Not, Familienzusammenhänge und einfach, ja, dieses mir sehr fremde Leben gleichzeitig dann aber auf eine super plastische Art erzählt. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen mit dem Abzug, dass ich mir das Verwobensein der Geschichten ein bisschen mehr gewünscht hätte. Ich kann es absolut empfehlen und wenn ihr auf Englisch lest, dann versucht doch mal das englische Hörbuch, denn die Autorin trägt definitiv zum Leseerlebnis bei. Dann habe ich More Than Words von Mia Sheridan gelesen und drei Sterne vergeben. Das kommt im Ende April dann auf Deutsch, ist aber schon auf Englisch eine Weile erschienen und ich hatte ja zuletzt so Glück mit The Love That Lies Within. Das ist auch ein bisschen älter von ihr und jetzt werden dieses Jahr zwei Bücher von ihr übersetzt, die ein bisschen älter sind und da war klar, das wollte ich jetzt natürlich auch lesen. Mia Sheridan ist schon unter meinen Favoriten, was die Romance-Autorinnen angeht. Das hier konnte mich nicht überzeugen. Ich habe jetzt drei Sterne gegeben. Es gab schon so ein paar Sachen, die ich gut fand und es gab auch so genauso viele Dinge, die zum Augenverdrehen geführt haben oder die mich genervt haben oder die ich langweilig fand und dann lande ich meistens bei drei Sternen genau in der Mitte. Es geht um Jessie und Kellen, die sich als Kinder kennenlernen und über einige Jahre eine Freundschaft miteinander teilen, die für beide eine sehr große Erleichterung bedeutet. Bis Kellen an einem Tag plötzlich einfach verschwindet und die beiden sich so aus den Augen verlieren, viele Jahre später treffen sie sich in Paris wieder und es wird deutlich, dass man nicht so einfach an die Vergangenheit anknüpfen kann. Es war ein süßer Einstieg. Also praktisch der komplette Anfang, wo es um diese kindliche Freundschaft geht, die dann so einen kleinen, sweeten Jugendliebe-Touch bekommt. Das hat mir als Einstieg, wie gesagt, richtig gut gefallen. Ja, und dann wurde es irgendwie schräg. Also das Wiedertreffen in Frankreich ist irgendwie seltsam, weil beide sich natürlich verändert haben, wobei Kellen noch mehr als Jessie und die Dynamik zwischen den beiden ist dann seltsam. Er ist irgendwie so der zerstörte Bad Boy, Celebrity Dude. Er ist irgendwie Filmkomponist und sie ist das unschuldige, hoffnungsvolle Mädchen, was es aus beruflichen Gründen nach Frankreich verschlägt. Das finde ich übrigens eine total spannende Komponente in der Geschichte, weil Jessie zu Manuskripten forscht, die neu aufgetaucht sind und zwar von einer Person, die in der Vergangenheit im Umfeld von Joan of Arc, also Jeanne d'Arc, unterwegs war. Und ja, das sind so Tagebucheinträge, die sie übersetzen muss und die wir auch teilweise miterzählt bekommen. Also so ein bisschen wie in The Love That Lies Within gibt es so zwei Zeitebenen, hier eben Tagebucheintragungen aus der Vergangenheit. Ja, und das Buch hat eins meiner absoluten Hass-Enden, was in Liebesromanen vorkommen kann und deswegen bin ich jetzt dann halt bei drei Sternen rausgekommen. Im Januar habe ich State of Terror von Hillary Clinton und Louis Penny gelesen und das ist ja so in die politische Action-Thriller-Richtung und ich habe die Vermutung, dass das ein Subgenre ist, was mir grundsätzlich sehr gut gefällt, weil das Spannungselemente hat, die ich suche. Zeitdruck, große Risiken, also meistens geht es ja um globale Konflikte und das finde ich immer sehr, sehr mitreißend. Das Problem ist, dass dieses Subgenre sehr, sehr männlich geprägt ist und dass das häufig mit sich bringt, dass bestimmte Figuren-Typen überhaupt nicht meinem Geschmack entsprechen. Trotzdem habe ich meine Wunschliste ziemlich stark aufgefüllt mit Titeln, die mich in diesem Subgenre interessieren und habe da auch jetzt im Februar einen Titel gelesen und zwar The Terminalist, die Abschussliste von Jack Carr. Zwei Sterne, genau das, was ich nicht haben will. Es geht um den Navy Seal James Reese, dessen komplette Einheit in Afghanistan in einem Hinterhalt ausgelöscht wird. Er ist der einzige Überlebende und kommt zurück in die USA und muss gerade eben, während er noch irgendwie mit Schuldgefühlen und Trauer kämpft, muss er erleben, dass noch mehr Menschen aus seinem Umfeld ums Leben kommen. Dahinter stecken machtgierige und ziemlich skrupellose Amerikaner und als James Reese dann nichts mehr zu verlieren hat, macht er sich auf den Weg, um Rache zu nehmen. Bisschen klassische Ausgangslage für diese Form von Action-Thriller. Es gab keinen wirklichen Zeitdruck, also dem James läuft ein bisschen die Zeit davon, aber dieses Gefühl verstärkt sich im Laufe des Buchs nicht noch mehr. Es ist haarsträubend konstruiert, also wer mit wem jetzt diese Verschwörung plant und wer mit wem da drin hängt und, oh, nee. Wobei das nicht immer für mich ein Minuspunkt ist, so ganz realistisch muss das, finde ich, nicht sein. Erschöpfendste Waffendetails wurden mir erklärt. Ich brauche das nicht wissen, was für eine Schusswaffe, wie eingestellt werden muss und dann übt er da ewig rumschießen, damit er am Ende dann doch auch sein Ziel im Ernstfall trifft und dann wird beschrieben, was für ein Ding das ist und wie sich das verhält und womit er gerade schießt. Interessiert mich überhaupt nicht und ich glaube, dass das Subgenre das schon auch beinhalten kann, aber es muss halt sich auch irgendwie so an die breite Masse richten, oder? Und dann kann man diese Details vielleicht ein bisschen eindampfen. Und der Reese war irgendwie nicht gut spürbar. Das, was ihn so an Schuldgefühlen und Trauer eigentlich plagen sollte und auch irgendwie so das Gefühl der Selbstaufgabe, das hat am Anfang Bedeutung und prägt dann aber irgendwie weder seine Gedankenwelt noch seine Aktionen. Und das ist natürlich blöd, wenn der Protagonist irgendwie nicht nachfühlbar ist. Das ist eine Trilogie, die der Plot ist nach Band 1 nicht abgeschlossen, aber ich werde dann nicht weiterlesen. Zwei Sterne. Dann habe ich am Anfang gesagt, dass ich in einem Universum weitergelesen habe. Das bedeutet, ich habe drei Kurzgeschichten beziehungsweise Novellen und zwei volle Romane in der Kate Daniels-Reihe weitergelesen. Jetzt fehlen mir noch eine Novelle, die ich aber erst mal aufschiebe und noch die letzten beiden Bände und dann bin ich durch damit. Es gibt noch super viel in dem Universum, in der Ableger-Reihe und noch ganz viele andere Bücher von Ilona Andrews, die in anderen Welten spielen. Da freue ich mich total drauf, da weiterzulesen und weiterzuentdecken, was Ilona Andrews so alles kann. Ich habe Band 5,3 Magic Tests, das gibt es nicht als deutsche Übersetzung, das war nur eine Kurzgeschichte, Band 6,5 Geschohlene Magie, Band 7 Ein Feind aus alter Zeit, Band 8 Ein neuer Morgen, Band 8,5 Kalte Magie gelesen und zwischen 3 und 5 Sternen war alles dabei. In Gänze würde ich der Reihe aber 5 Sterne geben, weil ich die einfach so innigst liebe. Inhaltlich kann ich euch nicht viel verraten, weil die Geschichte einfach schon so weit vorangeschritten ist. Was ich euch aber so im groben Verlauf der Reihe sagen kann, ist, dass es nach Band 7 so eine Art Bruch gibt. Also die ersten sieben Bände plus die ganzen Kurzgeschichten und Novellen steuern eigentlich auf ein großes Finale zu. Und das Ende von Band 7 hat dann so getan, als wäre dieses Finale gar nicht so wichtig oder als würde es gar nicht zu diesem Finale kommen. Und so hat dann auch Band 8 weitergemacht und irgendwie hätte ich glaube ich gerne lieber in einem Guss weitergelesen und nicht irgendwie so ein Innehalten gehabt. Gleichzeitig kommen noch zwei volle Bände und da wird es dann hoffentlich zu dem versprochenen großen Finale kommen. Ich bin den Geschichten von Ilona Andrews einfach völlig verfallen, was die Plots angeht, was ihre Welten angeht, was ihre Figuren angeht, einfach großartig. Lasst euch von diesen blöden Covern nicht abschrecken. Das ist im Urban Fantasy Bereich wirklich die Crème de la Crème in meinen Augen. Tja, und jetzt habe ich schon angedeutet, dass ich die Welten von Ilona Andrews gut finde und bisher hatte ich mich ja eigentlich nur in der Kate Daniels Reihe aufgehalten. Das hat sich jetzt verändert. Ich habe nämlich mit Katrin vom Kanal Dragon Stories in einer anderen Welt angefangen zu lesen von Ilona Andrews und zwar Band 1 der Hidden Legacy Trilogie von Ilona Andrews, bei der sind wir ja gerade. Der Untertitel ist Das Erbe der Magie. Da gibt es zwei Trilogien und wir haben jetzt mal die erste natürlich angefangen. Ich war ein bisschen zögerlich am Anfang und zwar hatte ich die Befürchtung, dass es vielleicht zu nah an der Kate Daniels Reihe sein könnte. Auch hier Hidden Legacy ist Urban Fantasy mit einer starken Frauenfigur im Fokus und einem intensiven Romance Plot. Es ist aber ganz anders. Also Nevada, die Protagonistin und Kate unterscheiden sich gut genug, die Welt unterscheidet sich gut genug und ja Romance geht immer bei mir. Nevada ist die Protagonistin und sie lebt in einer Welt in der magische Familien eigentlich die komplette Welt bestimmen. Kriege führen, Politik machen und ja Städte auch prägen. Seit dem Tod ihres Vaters führt sie in Eigenregie die Privatdetektei ihrer Familie, bis sie dann, bis wir sie treffen und sie einen ziemlich gefährlichen Auftrag übernehmen muss. Sie soll einen extrem mächtigen Feuermagier festnehmen und um das zu schaffen muss sie mit dem sagenumwobenen Connor Matt Rogan zusammenarbeiten, der nicht nur ziemlich heiß ist, sondern auch echt skrupellos. Die Figuren sind großartig, insbesondere die gesamte Baylor-Familie, also nicht nur Nevada, sondern auch ihre Geschwister, von denen haben wir jetzt noch nicht so ganz viel mitgekriegt. In der Familie leben auch noch zwei Cousins, die mich sehr interessieren und die auch teilweise schon eine größere Rolle spielen. Ihre Mutter ist toll, die Oma ist super und ja, da ist auf jeden Fall ganz viel Potenzial, dass die mir auch noch weiter ans Herz wachsen. Die Welt ist anders als in der Kate Daniels-Reihe. Hier ist es eine moderne Welt, die unserer ziemlich ähnelt, die gleichzeitig aber ziemlich militärisch magisch organisiert ist. Also das, was die Familiendynastien an Macht haben, begründet sich auf Magie. Es wird auch erklärt, wo die herkommt, warum es sozusagen unsere Welt ist plus Magie. Und das, was als Plot jetzt angelegt wurde, eignet sich in meinen Augen absolut für den Rest der Trilogie, also das, was sich als scheinbar einzelne Gefahr jetzt nur in Band 1 zunächst andeutet, da steckt ganz viel mehr noch dahinter und das lässt sich sicherlich gut auf zwei weiteren Bänden erzählen. Tja, und dann der Romance-Anteil. Am Anfang fand ich es super, ich hatte so ein bisschen so dieses Kreischige und oh, wie cool, so ein bisschen mit Fangirlen, also Nevada und ihren Love Interest habe ich am Anfang definitiv geschippt, wie man so sagen würde und dann nicht mehr. Ich mag den Love Interest nicht, der ist an vielen Stellen übergriffig, obwohl Nevada sehr vehement formuliert, wo ihre Grenzen sind. Es ist lange sehr, sehr körperbetont, was da an Anziehung ist und irgendwie ist auch das Machtverhältnis zwischen den beiden nicht so, dass ich das romantisch finde. Ich werde in der Reihe weiterlesen, es hat total Spaß gemacht, das mit Katrin zu lesen, wir haben echt ganz schön schnell diese Leserunde hinter uns gebracht und werden jetzt im März, in der zweiten Märzhälfte auch dann Band 2 uns vornehmen und dann hoffe ich, dass dieser Romance-Anteil sich auch noch zu meinem Geschmack verändert. Deswegen schwank ich so zwischen 3,5 und 4 Sternen und hoffe, dass die nächsten Bände eine höhere Sterne-Bewertung von mir verdienen. Als nächstes Thirteen von Steve Kavanagh, das ist Band 4 der Reihe rund um den Strafverteidiger Eddie Flynn. Ich habe drei Sterne vergeben und habe das als Hör-Rezensionsexemplar vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und auch das war eine Leserunde und zwar mit Carla vom Kanal Buchmomente. Das war wieder so ein Buch, wo ich sagen würde im Nachgang, es ist mir egal und das ist eigentlich kein gutes Zeichen für ein Buch. Vierter Band habe ich gesagt, aber man kann es auch separat lesen. Das, was man zu Eddie Flynn als Protagonist der Reihe wissen muss, das wird nach und nach miterzählt. Man hat halt dann ein bisschen was verpasst, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Band 4 mir jetzt deutlich besser gefallen hätte, wenn ich die vorherigen Bände auch gelesen hätte. Es geht um den Strafverteidiger Eddie Flynn, der einen der berühmtesten Mordangeklagten Amerikas verteidigen muss und zwar einen sehr prominenten Hollywood-Star, Bobby Solomon und Eddie übernimmt den Fall nur, weil er selbst davon überzeugt ist, dass Bobby unschuldig ist und seine Frau und seinen Sicherheitschef nicht umgebracht hat. Obwohl alle Beweise eigentlich gegen Bobby sprechen und der Fall scheint echt aussichtslos, vor allem, weil sich der wahre Killer in die Jury eingeschleust hat. Diese Ausgangslage hat extrem viel Potenzial, nämlich auf der einen Seite den wahren Killer in der Jury zu haben und Eddie Flynn als Strafverteidiger und dass dann irgendwie zum Beispiel so eine Art Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden vor Gericht entsteht. Gleichzeitig kann das Buch auch erzählen, wie absurd das geschworenen System in den USA ist und dass irgendwie ein Schuldspruch von zwölf völlig zufällig zusammengewürfelten Otto-Normal-Verbrauchern ist. Also Potenzial war da. Es ist dann auch flott umgesetzt, aber eher flach. Wir haben die Sicht des Killers und da merkt man, was für ein krasser Typ der ist und dass der einfach Fähigkeiten und Ressourcen hat, die ihn fast unbesiegbar machen. Und wir haben Eddies Perspektive. Das ist ein gewitzter Typ. Ich finde seine Hintergrundgeschichte spannend, also was er vorher gemacht hat, bevor er zum Anwalt wurde und der war sympathisch, aber jetzt auch nicht überragend komplex. Und nochmal hat sich an diesem Thriller auch für mich herausgestellt, wie unglaublich wichtig Zeitdruck in Thrillern für mich ist. Egal ob jetzt in den Action-Thrillern, action-politischen Action-Thrillern wie State of Terror oder eben in diesen hier, wo es um eine Gerichtsverhandlung geht oder auch in Psychothrillern, wo wir in der Perspektive eines potenziellen Opfers zum Beispiel stecken. Und Zeitdruck ist für mich echt das A und O. Das bedeutet, ich muss beim Lesen das Gefühl haben oder mir ständig die Frage stellen, oh mein Gott, schaffen die es bis zu dem und dem Zeitpunkt XY zu verhindern? Also das Schlimmste zu verhindern. Und es hat hier leider auch gefehlt, also praktisch den Bobby vor Gericht zu vertreten und die Unschuld zu beweisen, wäre ja so ein Ding gewesen, was mit Zeitdruck verbunden ist. Wir müssen es schaffen, den Schuldspruch zu verhindern und so weiter. Und irgendwie hatte ich nie das Gefühl, das geht nicht gut aus. Und da hängt auch mit dran, dass mir der Bobby als Figur und auch zu einem gewissen Maß der Eddie als Figur eigentlich egal waren. Also ich hätte sie jetzt gar nicht herzzerreißend gefunden, wenn sie es nicht geschafft hätten. Und das hätte natürlich den Zeitdruck für mich auch noch verstärkt, wenn ich das Gefühl hätte, oh die arme Figur und hoffentlich schaffen die das, was sie sich vorgenommen haben. Das heißt, die Zeitdruck Komponente, die ich jetzt reflektiert habe, die mir in Thrillern super, super wichtig ist, hat mich hier nicht besonders überzeugt. Drei Sterne. Ja, und so zur Mitte des Monats hatte ich dann das Gefühl, irgendwie interessiert mich alles nicht und ich hatte das Video gedreht, meine Top 15 Romances aller Zeiten, passend für den Valentinstag. Wenn ihr euch das angucken wollt, dann verlinke ich das gerne oben in der Ecke und da habe ich mir auf zwei Rereads Lust gemacht. Auf die werde ich hier wirklich jetzt nur ganz, ganz, ganz kurz am Rande eingehen. Zum einen habe ich Zärtlicher Winter von Courtney Milan nochmal gelesen, das ist Band 1,5 ihrer Gefährliche Widersacher Reihe und ja, in meinem Romance Top 15 Video schwärme ich mehr darüber. Ich hatte ursprünglich glaube ich 4,5 Sterne vergeben, habe das aber mittlerweile so oft rereadet und fand es immer noch großartig, dass ich jetzt mal auf 5 Sterne hochgestuft habe und es zu meinen Top 15 Romances aller Zeiten zählen würde. Und das gleiche gilt für The Spanish Love Deception von Elena Armas auch hier 5 Sterne und das hat in ganz, ganz vielen Aspekten einfach Prisen von allem, was ich liebe. Fake Dating, nur die Protagonistin als Erzählperspektive, Grumpy Sunshine und so weiter, also echt tolle, tolle Erzählstrickmuster, die ich liebe und auch das zählt zu meinen Top 15 Romance aller Zeiten und beide, wenn die euch anlachen, dann müsst ihr euch am besten in dem Video mal umgucken. Ach so, und bei The Spanish Love Deception vermute ich ganz, ganz stark, ich würde fast Geld draufsetzen, dass die Übersetzung dieses Buchs, deswegen nenne ich es hier jetzt auch schon, fürs Herbstprogramm angekündigt wird. Ich würde sagen, vielleicht eher nicht Lyx, sondern vielleicht im KISS Verlag oder und da würde ich wahrscheinlich noch genauer drauf tippen, Knauer oder Blanc Valet. Ich bin mir echt ziemlich, ziemlich sicher, dass die Übersetzung ganz zeitnah angekündigt wird. Ja, und jetzt sind wir schon bei den Büchern, die es bisher nur auf Englisch gibt. Wir fangen mit dem an, was mir von den Büchern am besten gefallen hat und enden auch mit einem genauso bewerteten Buch, nämlich jeweils vier Sterne mit einer Tendenz zu 4,5, um jetzt sozusagen die Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, schön einzukesseln und auf einer positiven Note zu enden. Ich habe auf den letzten Drücker im Februar noch Under One Roof von Ellie Hazelwood gehört. Das ist nämlich ihre Neuerscheinung und die Hörbücher ihrer Novellen, das sind drei Novellen, die für dieses erste Halbjahr angekündigt wurden, kommen als Hörbücher viel, viel früher raus, als dann die E-Book-Variante und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe mich, glaube ich, auf April, Mai und Juni eingestellt und jetzt kommen die Hörbuch-Varianten schon Februar, März, April. Großartig! Und da habe ich dann Under One Roof von ihr gehört. Das sind kurze Novellen, die sich um Frauen drehen, die auch im STEM-Bereich tätig sind. STEM, das sind technische Berufe, technische und naturwissenschaftliche Berufe. Hier in Under The Roof geht es jetzt um Mara, die die Hälfte eines Hauses erbt, in dem Liam wohnt und dem auch die andere Hälfte des Hauses gehört. Und sie zieht dann ein, weil sie in der Stadt, wo das Haus ist, einen neuen Job beginnt und das Haus verkaufen will sie auf gar keinen Fall. Und jetzt müssen die beiden zusammenleben und Liam findet das natürlich überhaupt nicht gut, auch, dass sie die Hälfte des Hauses geerbt hat. Und so kommt es immer wieder zu ziemlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden, aber eben auch zu Nähe, weil die beiden zusammenleben. Strukturell fand ich es ziemlich smart, weil das Buch mit der ersten sexuellen Annäherung zwischen den beiden startet und dann in die Vergangenheit springt und uns sozusagen nach und nach erzählt, wie es zu diesem Punkt dann kommt. Es ist im Novellenformat angemessen straff erzählt. Jede Szene bedeutet was, jede Unterhaltung bedeutet was, aber es gibt dann halt wenig außen drumherum. Also zum Beispiel die Jobs der beiden sind auch politisch ziemlich an unterschiedlichen Enden eines Spektrums und auch das sorgt immer wieder für Konflikt. Ah, und das wird so am Rande erwähnt, aber es ist halt eine Novelle und das nimmt wirklich eher nur eine Randposition ein. Es wird nur aus Maras Perspektive erzählt, finde ich großartig und es ist relativ nah, was die beiden Figuren und deren Figurenkonstellation angeht, an die theoretische Unwahrscheinlichkeit der Liebe, heißt die deutsche Übersetzung so, also an Olive und Adam von ihrem ersten Buch und wenn man das liebt, dann wird man auch Under One Roof lieben und jetzt hoffe ich allerdings, dass in den Nachfolgebänden, sowohl in den beiden Novellen als auch das, was dann an Büchern sonst noch so von Ellie Hazelwood erscheint, die Figuren ein bisschen anders werden. Ja, vier Sterne mit einer Tendenz zu 4,5. Eine meiner liebsten Autorinnen, Ruby Dixon, hat sich mit zwei Kolleginnen zusammen getan und zwar Katie Wilde und Ella Goode und die haben im vergangenen Jahr so drei Companions geschrieben, also jede ein Companion, die eine gewisse Parallelität hatten, weil in allen dreien Figuren vorkamen, die jetzt vielleicht nicht so super brav sind. Ruby Dixons Evil Guy, nee, Bad Guy, hatte ich im letzten Jahr dann schon gelesen und jetzt habe ich Katie Wilde's Evil Twin und Ella Goode's Bad Girl im Februar gelesen und Evil Twin hat mir richtig gut gefallen. Beide Bücher sind übrigens bei Kindle Unlimited verfügbar. Vier Sterne, Bad Girl war gar nicht so meins. Zwei Sterne, vielleicht eher 1,5. Fangen wir mal an mit Evil Twin. Achso, und was die drei Companions auch haben, ist, dass sie in unterschiedlichen Subgenres spielen. Ruby Dixon schreibt ja immer so in die Sci-Fi-Romance-Richtung, das war in Bad Guy auch schon so. Evil Twin ist Romantasy und Bad Girl spielt in unserer Welt. Jetzt Evil Twin, also Romantasy. Eigentlich wäre Bane in seiner Welt der viel bessere König. Das Problem ist, dass er vier Minuten nach seinem nichtsnutzigen Bruder geboren wurde. Auch Banes militärische Erfolge können daran nichts rütteln und deswegen fasst er den Plan, sich einfach selber ein Königreich zu beschaffen. Dafür muss er die unschuldige Braut seines Bruders verführen. Die hat allerdings eigene Pläne. Ich fand es ein überraschend gutes Maß an Worldbuilding für diese kleine Novelle. Also es gibt drei Königreiche, die in bestimmten Konflikt zueinander stehen. Es gibt eine magische Bedrohung, die es zu besiegen gilt. Und für das Format einer Novelle war es genau das richtige Maß an magischem Worldbuilding. Die Manipulationen, der Figuren waren hoch unterhaltsam. Also wie sie dann versuchen jeweils Macht zu entwickeln, geschieht auf eine total unterhaltsame Art und Weise. Und es gibt ziemlich direkt am Anfang einen Twist, den ich sehr unerwartet fand und über den ich richtig mich einfach gefreut habe, weil ich eben nicht damit gerechnet hatte. Und was den Heißheitsfaktor angeht, ich würde mal sagen, heiß genug. Bad Girl von Ella Good ist der dritte Companion in dieser Trilogie. Nee, das war wirklich nichts. Ich glaube, eher 1,5 Sterne würde ich sagen. Und zwar, die Protagonistin ist Layla und nach dem Tod ihrer Mutter findet sie erst den Namen ihres Vaters heraus und kommt aber zu spät. Der hat sich nämlich umgebracht, bevor Layla ihn aufsuchen konnte. und jetzt will sie an der Person Rache nehmen, die schuld ist an dem Selbstmord eigentlich und sie schleust sich bei dem Immobilien Tycoon Immobilien Typen Warren ein, der hinter dem Selbstmord wahrscheinlich steckt und will so von innen heraus dessen Unternehmen zerstören. Dabei hat sie nicht damit gerechnet, dass Warren vielleicht Interesse an ihr entwickeln könnte. Oh mein Gott, war die Protagonistin dumm. Also sie wird als hochintelligent bezeichnet, also kann sich Sachen merken und sieht Zusammenhänge und hat irgendwie ein fotografisches Gedächtnis und wie auch immer und sie ist einfach zu dumm zum Leben. Macht ständig Fehler, hat das Gefühl, sie versteht Menschen um sie herum nicht. Richtig blöd. Der Protagonist ist übergriffig, also Warren entwickelt dann Interesse an Layla und formuliert mehrfach in seinem Kopf, er wird sie ja gerne eigentlich bei ihm zu Hause einsperren und nie wieder rauslassen. Der Plot ist dämlich, von Anfang an ist klar, was eigentlich der Konflikt ist und Layla checkt natürlich nicht und Warren checkt natürlich auch nicht. Es gibt so einen kleinen Aspekt, der heiß ist und alles andere hat mich nur genervt, 1,5 Sterne. Nachdem ich Courtney Milan rereadet hatte, war ich so in Stimmung in Richtung historische Romances noch mal mehr zu lesen und habe dann zu älteren Büchern von Tessa Dare gegriffen. Ihre neueste Neuerscheinung ist ewig verschoben worden. Die sollte glaube ich schon vorletztes Jahr erscheinen oder letztes Jahr und ist jetzt auf 2024 terminiert. Ich befürchte, dass es einen Rechtsstreit mit ihrem Verlag gibt. Also normalerweise würde man das Buch sonst nicht so weit in die Zukunft schieben. Ich habe jedenfalls die Novelle The Scandalous Dissolute No Good Mr. Right von ihr gehört. Hab 3,5 Sterne vergeben. Das Novellenformat war genau das, was ich gebraucht habe, weil es so straff erzählt war. Es geht um Miss Elisa Kate, die, weil sie in ihrer Jugend sich mal daneben benommen hat, warten muss, unter der Haube sind, bevor sie in die Gesellschaft eingeführt werden kann. Das ist ja so klassisch, dass man dann an Wellen teilnehmen kann und so weiter und bis ihre Schwestern nicht verheiratet sind, wird sie ziemlich isoliert. Trotzdem trifft sie immer wieder auf den berüchtigten Frauenhelden Harry Wright, der ihren Ruf ziemlich schnell zerstören könnte. Ich fand es ein sehr gutes Plottmittel, dass wir uns sozusagen an ungeplanten zufälligen Treffen zwischen den beiden entlanghangeln und Eliza auch dann immer wieder an unterschiedlichen Stellen in ihrem Leben ist und dann ist schon die eine Schwester verheiratet und dann ist die nächste verheiratet und so weiter und dann trifft sie immer wieder auf den Harry und die können sich nicht so richtig leiden, haben auch irgendwie so gewisse Vorurteile voreinander, sind sich aber auch sehr ähnlich und deswegen gibt es Anziehung zwischen den beiden und das gefällt mir sehr gut. Das Ende war mir zu überdramatisch, 3,5 Sterne für, der Titel ist ein bisschen ausführlich, The Scandalous, Dissolute, No Good, Mr. Right und dann habe ich in der die Reihe weiß ich jetzt nicht irgendwas mit Castles da habe ich den vierten Band und damit auch den letzten gelesen Do you want to start a scandal und habe drei Sterne vergeben das war irgendwie nicht nach meinem Geschmack vor allem was den Spannungsbogen anging Während die renommierte Familie Pankhurst einen Ball ausrichtet kommt es nebenan zu einem ziemlich skandalösen Stell dich ein die Protagonistin Charlotte gerät in Verdacht daran beteiligt zu sein um ihre Ehre zu retten muss sie entweder Lord Granwell heiraten oder mit ihm zusammen diesen Skandal aufdecken und dabei knistert es nicht nur zwischen den beiden sondern sie geraten auch in Gefahr Ja es war wieder witzig Tessa Dare hat einen großartigen Wortwitz Ja es gab wieder sweet Figuren Ich fände die Frauen irgendwie patent nicht so duckmäuserisch Ich mag die Männer Figuren weil sehr schnell deutlich wird wenn die die Frauen Figuren lieben dann vergöttern sie sie so richtig Das war hier bei Lord Granwell auch wieder so Es gab so einen Nebenarm in dem es um Spionage geht und das hat definitiv zur Flottheit beigetragen Der Mittelteil war unglaublich langweilig Also es ging nicht voran oder es ging nicht schnell genug voran Szenen haben sich immer wieder erholt und irgendwie ne strukturell war das nicht so meins und deswegen bin ich jetzt dann insgesamt bei drei Sternen gelandet Zwei habe ich noch die mir nicht so gut gefallen haben und dann enden wir Bedeutet ein Teil des Pärchens ist nicht menschlich aber abseits von Ruby Dixon hatte ich in dem Subgenre bisher noch kein gutes Händchen und das war hier bei den Geschichten von Chase Varity auch der Fall Ich habe A Deal With The Demon und The Demon Next Door von Der Person gelesen Das ist übrigens eine nicht binäre Person Ich habe 2 und 2,5 Sterne vergeben Beide sind bei Kindle Unlimited verfügbar und im Grunde ist die Geschichte in beiden eigentlich so halb identisch es geht um jeweils zwei alleinerziehende Mütter Molly und Heidi die jeweils Anziehung mit einem Dämon haben Ich finde sweet dass sich dadurch neue Familien Konstellation ergeben beide Protagonistinnen sind jeweils bisexuell was auch thematisiert wird und der Fokus allerdings der Geschichte ist eher Sweetness und das war echt lahm also das was sozusagen auch an so ein bisschen kribbelnd und knisternd spezifisch an diesen Dämonen Figuren hängen könnte ist gar nicht so der Fokus der Geschichte sondern eher so deren irgendwie weiche sweet nette Annäherung und das hat mich irgendwie nicht interessiert deswegen habe ich jetzt 2 und 2,5 Sterne vergeben mehr lässt sich darüber auch nicht sagen was ich allerdings auch noch gelesen habe ist Window Shopping von Tessa Bailey das ist eigentlich dachte ich dass es eine Novelle ist aber in meiner Zählweise ist es ein voller Roman da geht da geht es um Stella die zwei Wochen vor Weihnachten eine zweite Chance bekommt nämlich sie ist gerade frisch entlassen aus der Haft und bekommt die Chance Schaufenster in einem renommierten luxuriösen Kaufhaus in New York umzugestalten und während ihrer Arbeit an den Schaufenstern kommt sie dem Manager Aiden näher es gibt hier so ein bisschen die Dynamik Grumpy Sunshine aber umgedreht der Aiden ist eher so der sonnige nette sweet Typ der irgendwie auch sehr optimistisch ist und Stella auch vor allem was ihre Vergangenheit mit ihr gemacht hat und womit sie noch zu kämpfen hat ist eher auf der Grumpy Seite und die Dynamik fand ich auf jeden Fall gut aber der Aiden ist auch mehr also hinter dessen sonniger Fassade ist auch ein bisschen ein Bad Boy versteckt das macht es auf jeden Fall was die Sex Szenen angeht ziemlich heiß und das kann Tessa Bailey einfach großartig da knistert es immer so richtig es war mir ein bisschen Insta lovey also der Aiden sieht sie wie sie vor dem bisher ziemlich schrecklich gestalteten Schaufenster seines Ladens steht und findet sie sofort super und kann gar nicht anders als mit ihr in Kontakt zu kommen und irgendwie ja hätte ich glaube ich vor allen Dingen auch seine Gefühlsentwicklung gerne ein bisschen langsamer gehabt das Setting war toll also das was sie an Gestaltung in den Schaufenstern macht aber auch was wir sonst noch so von diesem luxuriösen Kaufhaus mitbekommen hat mir ziemlich gut gefallen auch was da sonst noch so für Mitarbeiter unterwegs sind einfach schön und was ich auch spannend fand und was genau im richtigen Maß finde ich für die länge des buchs vorkommt ist wie toxische Freundschaften Menschen auch in den Ruin schicken können also der Grund warum Stella inhaftiert war hat mit so einer Freundschaft zu tun und sie weiß die Schuld nicht komplett von sich aber diese Freundschaft hatte schon auch einen Anteil daran und wie man damit umgeht und Grenzen setzt und Menschen zwar liebt aber auch merkt die tun mir eigentlich nicht gut oder wir tun uns gegenseitig nicht gut das nimmt einen Raum ein ohne irgendwie so unerträglich hoffnungslos dabei zu sein hat mir sehr gut gefallen vier Sterne und ich habe nicht immer Glück mit den Büchern von Tessa Bailey aber das hier fand ich richtig gut es spielt in der Vorweihnachtszeit allerdings nimmt so die Weihnachtsstimmung nicht einen riesigen Anteil ein das kann glaube ich auch gut während des kompletten Jahres lesen so das war's ich bin gespannt wie lang jetzt dieser Lesemonat wird und es hat mir Spaß gemacht mit euch nochmal über die Bücher zu sprechen die ich im Februar gelesen habe auch wenn einfach wirklich viel dabei war was mich kalt gelassen hat und ich bete ausfallen ein bisschen ein besseres Händchen bekomme oder dass ich innerlich irgendwie in einer anderen Stimmung bin die es mir ermöglicht wieder so in Begeisterung zu verfallen ja das wäre eigentlich schon ganz schön wenn das wieder der Fall sein würde und jetzt bin ich natürlich gespannt wie euer Februar gelesen gelaufen ist und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos macht es gut tschüss